Kfz Reparaturservice Dölle ist Ihr Werkstattpartner im Raum Krossen an der Elster. Der Betrieb überzeugt seine Kunden seit vielen Jahren mit fachkundiger Beratung für alle Marken und Fahrzeugtypen. Die Kfz-Werkstatt erledigt alle Arten von Reparaturen sowie Servicearbeiten und arbeitet hierbei immer nach aktuellsten Methoden und mit dem neuesten Werkzeug. Die Spezialgebiete des Familienunternehmens umfassen unter anderem Unfallinstandsetzungen, Lackierungen und diverse Tuningarbeiten. Besonders erwähnenswert sind die Unterbodenschutzarbeiten, welche mit höchster Präzision durchgeführt werden. Das hervorragend ausgebildete Team legt dabei besonderen Wert auf die individuelle Betreuung der Kunden und auf eine faire Preisgestaltung. Auch für das kniffligste Problem finden die Mitarbeiter stets eine optimale Lösung. Hier ist Ihr Fahrzeug in besten Händen. Kfz Reparaturservice Dölle – flexibel, günstig und einfach gut. Der Kfz-Werkstatt Dölle – flexibel, günstig und einfach gut. Der Kfz-Werkstatt Dölle – flexibel, günstig und einfach gut.